Sullivan ist entkommen! Ausschwärmen! Sucht ihn! Gutes Ablenkungsmanöver. Tragung auf. Hilfschuss. Wir lassen mal das Gewehr so. Ohne dass wir gesehen werden. Ist klar. Jo, was soll die schon wieder? Ja. Nicht! Oh man! Wo denn, wo denn das? Na weg da! Nein, nein, na weg, weg! Anna! Jetzt geht doch mal in Deckung! Die Deckung! Manchmal hier, das Deckungssystem. Los geht's! Gibt's hier kein Gewehr? Ja. Dann saft jetzt. Na gut. Gut. Toll. Nein! Ich kann ihn nicht treffen, weil da die... Und dann schon macht das alles keinen Sinn. Nein, 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 das ist da. So. Dann gucken wir mal, ob wir den Schatz finden werden hier, ne? Da. Tja. Nur mal hier oben rum gucken, ob da noch irgendwas liegt. Weiß ja nie. Ne, gut. Und dann... ...da rein. Hey. 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 Haha, ich wusste, dass du es schaffst. Und was jetzt? Ich weiß nicht. Das überlege ich mir noch. Aber hier sind wir auf jeden Fall richtig. Hier waren wir doch unten drunter schon. Nein. Es hat etwas mit diesen Symbolen zu tun. Ja, wirklich. Ja, in welcher Reihenfolge jetzt? Ja, aber in welcher Reihenfolge? Ich meine, das ist ein Pfeil, aber... Über Kreuz. Oh, Mann. Roman und Navarro haben hier wirklich Chaos angerichtet. Ich habe... Weil wenn ich jetzt in Kelch, dann das Buch, dann den... Kelch, Krone, Buch, Schlange, ne? Und dann... Ich weiß nicht. Ist noch ein Hinweis? Ne. Also wenn der Kelch und Buch... Warte mal, Kelch und Buch sind... Dann... In meinem Überkreuz. Sicher, dass wir hier richtig sind? So, weiter geht's. Ähm... Kelch und Krone. Kelch und Krone sind nebeneinander. Dann Buch und Schlange. Buch und Schlange. Buch und Schlange, genau. Und dann die beiden. Achso, nee, das ist auch ein Symbol. Achso. Ja, was mache ich denn jetzt als erstes? Ich weiß das noch nicht. Ja, ich habe die Bild... Also würde ich sagen, ich mache jetzt... Von... Links nach rechts, von oben nach unten. Also erst Kelch, dann die... Machen wir halt einfach... Kelch. Achso. Hä? Warte mal. So, wir haben die Kelch jetzt richtig rum. Jetzt machen wir die Pfeile da. Die sind falsch rum. Gichtig rum. Okay. So. Jetzt haben die durch. So, was haben wir dann noch? Die Schlange. Musst du zur Seite gucken. Boah, jetzt lasst mir hier durch. Boah. Die Schlange muss zur Seite gucken. Das macht mehr Sinn. Ich wüsste ja nicht, was die... Also der Mikro ist richtig. Und das muss andersrum sein hier. Und das war's. Hallo? Ich glaube, wir sind im Geschäft. Ja. Vorsicht. Was hältst du davon? Ich weiß nicht. Vielleicht eine Sackgasse. Warte. Es sieht aus, als könnte es hier weitergehen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Mist. Was ist das denn? Sully, los, raus da! Was? Das ist ne Falle! Sullivan, alles okay? Sully! Ja, ja, bestens. Alles noch dran. Unkraut vergeht nicht. Na dann, geh besser in die Bibliothek. Wir müssen irgendwie anders hier rausfinden. Hm. Jetzt geht es nur noch nach vorne. Ja. Schatzlager. Oh, jetzt sind wir da... Bei der 16. Okay. Schatzlager. Die Kamera kann ich nicht bewegen. Was ist das hier? Oh mein Gott. Ein echt gutes Versteck für den verdammten Schatz ist das. Wenn hier jetzt auch Gegner sind, dann frage ich mich, will das Spiel uns verarschen. Schatzlager. Ähm. Warte mal. In der Ecke von Jacks Karte stehen auch römische Zahlen. Das muss etwas bedeuten. Zwei, vier... Zwei, fünf und sieben. Zwei, fünf, sieben. Zwei, fünf, sieben. Hier ist die zwei. Ich bleib hier und halte Ausschau und du kriegst raus, wie wir da rüberkommen. Fünf. Das ist die drei, da wollen wir nicht hin. Bei I wollen wir auch nicht hin. Eins wollen wir auch nicht hin. Fünf. Geht schon mal ganz gut aus. V I wollen wir nicht. Drei auch nicht. Das muss für irgendwas gut sein. Zwei, das ist schon mal wichtig. Mhm. Es tut sich was. Nate, was du das? Hier unten bewegt sich plötzlich etwas. V da haben wir hin. Uh. Da ist ne Falle. Okay. Dann sind wir da hoch. Das war die fünf lang. Natürlich. Natürlich. Wir haben bestimmt alles nochmal gefunden. Nämlich ganz gut. Aber immerhin gab es ein Checkpoint. Das wäre scheiße gewesen. Ich glaube, da muss ich mich dann reinholen. Selbst das geht? Wollen die mich jetzt verarschen? Wollen wir mich verarschen, oder? So, dann haben wir hier die zwei. Verdammt! Nichts! Dahin liegt was. Da wollen wir aber nicht hin. Ja, aber da wollen wir doch nicht hin. Da wollen wir da rüber. Drei wollen wir aber auch nicht. Hm? Kann ich erkennen, was da für eine Plakette drin steht? Nee, das macht jetzt gar keinen Sinn. Kann ich da rüber springen? Nein. War ja klar. Wieso darf ich eigentlich das Tagebuch jetzt nicht mehr aufmachen? Warum? Den darf ich nicht. Ach nee! Wusste ich jetzt nicht, dass ich da hoch muss. Das ist jetzt aber ein sehr guter Tipp. Der werde ich nie drauf bekommen. Es gibt es nicht hier diese Pfeile. Hier wird mir hier ein Tipp angezeigt. Weißt du, da hier wird mir ein Tipp angezeigt. Aber da wo ich einen Tipp brauche... Nicht. Was ist das? Das gibt es doch nicht. Wie wenig Zeit man da einfach nur hat. Zwei. Da muss ich mal laufen. Ja. Und jetzt? Bin ich hier. Aber das da ist ne Vier und nicht ne Fünf. Oder ne Sechs. Ne Sieben. Keine Zwei. Das da ist ne Drei. Wollte ich ja da rüber. Aber das ging ja nicht. Ne. Autsch. Ich will jetzt erst mal das Artefakt was erliegen. Ich will nicht überhaupt wieder runter können. Ich komm jetzt mal da runter. Komme ich aber wieder hoch. Ja gut. Hier gab ich wieder die... Ne. Drei. Fünf und sieben. Genau. Da komm ich gar nicht hin von hier. So. Na gut. Zwei. Wo kommt man eigentlich hin? Eins. Ah, da sind wir doch schon mal. Ein paar Artefakt was da liegt. Silberkelsch mit Deckel. Yeah. Ja. Ja. Aber jetzt. Also der Fünf. Drei wollen wir nicht wollen. Der Vier wollen wir auch nicht wollen. Der Eins auch nicht. Der Vier wollen wir auch nicht wollen. Fünf-Folgen machen. Dann wollen wir hier rufen. Dann wollen wir ja zwei Folgen, ja. Und dann wollen wir... Weiß ich nicht. Wo wollen wir denn jetzt hin? Ich kapier das nicht. Aber hier hoch, da bin ich tot zufolgt. Darüber wird schwer. Darüber geht nicht. Darüber kommen wir. Irwin besetztes Silberprosche. Ja, Sackgasse. Nee, geht nicht. Also da rüber kommen wir... Ja, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich auch mal eine Aufnahmepause jetzt. Ist ja schon lange genug jetzt. Und äh... Gucke ich beim nächsten Mal weiter, wie es hier weitergeht, weil ich... Weil der Tipp hier bringt rein nichts. Der bringt nichts. Ich muss da hoch. Ja, weiß ich auch. Gut, dann sage ich mal... Bis gleich oder in der nächsten Folge. Tschüssüss. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Zu Uncharted. Und wir waren ja hier noch stehen geblieben. Um den Weg zu finden. Ich habe mal... Also ich habe mir hier nicht weiter angeguckt, wie ich jetzt weiter muss. Ich habe jetzt einfach mal gedacht... Überlegt, wo ich weiterkomme. Ich hoffe, ich kann das noch. Warte. So. Kamera. Weil ich soll ja hier lang. Jedenfalls. Nach Fahrt. Sully, hörst du mich? Ach. Verdammt. Nichts. Äh... Das ist beim letzten Mal aber jetzt nicht passiert. Warum? Dann würde ich mich hier dranhängen. Geht das? Nein. Man kann sich da nicht dranhängen. Ernsthaft jetzt. Ich hätte mir gedacht, man kann sich da an die... An... An die... An die Kante hängen. Warum geht das nicht? Ach, nö. Das ist doch scheiße. Hä? Ja, dann weiß ich nicht, wie ich das weiter machen soll. Ich meine, ich soll ja 2, 5 und 7 folgen. Aber 2, 7... 5 und 7 ist das geil. Ja. Weil, ja... Ha. Ja. Das ist... Äh... Ich hab halt gedacht, man kann sich jetzt hier... Nein, kann man nicht. Okay. Also man kann sich da nicht drauf... ...dranhängen. Gut, ähm... Ich will jetzt nochmal an den Anfang gehen. Kann ich eigentlich von hier? Nee, ne? Nee, da muss ich erst hier... Nee, Gott. Dann kann man hier runter. So, ich will nochmal an den Anfang nochmal angucken. Weil irgendwie... Irgendwie... Irgendwie stimmt hier nicht. Äh... Da. Irgendwie... Hm. Weil... In der Enke von Jacks Karte stehen auch römische Zahlen. Das muss etwas bedeuten. Ähm... Ja, weil da ist ja... Die... Die 2, die 5 und die 7. Die 7, genau. Und die 7 hab ich bis jetzt noch nicht einmal gesehen. Nur 2 und 5. Also wir können nochmal... Jetzt gibt's ja hier noch irgendwas anderes. Ich guck mich jetzt erstmal ein bisschen um, weil... Ich weiß nicht, was ich jetzt sonst noch machen soll. Außer den Zahlenfolgen. Also da bringt's ja nichts. Also hier oben war ja die 5, ne? Also 5. So. Dann die 2. War auch richtig. So. Mal gucken, was da oben ist. Da waren wir auch noch nicht. Gibt's hier ja noch irgendwas. Die 5. Ja, hier noch. Hier müssen wir hin. Aber wie? Das ist die Frage, ne? Ach, guck mal da. Guck mal eine an. Da ist eine 5. Aber da ist auch zu, ne? Ja. Hm. Ja, das ist, äh... Blöd. Also da können wir auch irgendwie rein. Jetzt gibt's ja irgendwie noch so eine Türöffner. Hm. Ist hier noch was? Also hier ist die 4. 4, ne? 4. Also hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Ja. Hm. 5. 3. Nein. Und auch die 4. Die 1. Die 5. So. Tipp. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, weiß ich. Also ist jetzt nicht so, nicht so schlimm. Dass ich da lang muss. So, äh, hier oben, das hat man ja aktiviert. Gab's da ansonsten noch irgendwas hier? Nee, ne? Nee. Ja. Ja. Äh, äh... Hier gibt's aber auch sonst nix mit, ne? Ist da wieder starren noch was? Nee. Ha. Hm. Hm. Ja, da müssen wir hier nochmal, vielleicht. Nee, da kann man nur zurück. Komm mal. Nee, da kommen wir einfach nur wieder hoch. Nee, das ist auf jeden Fall da nicht. Äh... Ja, wir werden jetzt hier hingelotzt, aber hier ist nix mehr. Ha. Da ist jetzt vielleicht schon Hinweise noch finden, aber hier ist nicht da drüben vielleicht. Aber wir sollten da hinkommen. Da ist die 1. Oh, das ist doch die 1, ne? Vielleicht da oben, aber... Da ist ja auch die 3, das hat ja auch nix mit zu tun. Hier. Ja, darüber kommen wir ja auch nicht. Ha. Wir finden sie noch was. Wenn es die 5. Aber wie kommen wir da hin? Kann man das da wieder abschließen? Ja. Ja. Nee. Ja. Ja. Da würde ich mich auch schon gespungen. Das hat auch nicht funktioniert. Da muss ich ja abrollen. Aber man, äh... Ja. Ja, das ist... Ich bräuchte jetzt da oben Tipp, nicht hier. Hier rüber kommt man bestimmt auch nicht, oder? Nein. Obwohl man hinkommen könnte, könnte man nicht. Ja. Kann man da noch da weiter... Ja, nur da hoch, ja. Ha. Na, da vielleicht noch. Da ist die 3. Ha. Kann man sich vielleicht hier... Okay, also das geht. Warte mal. Kann man vielleicht hier oben. So an der Wand. Ach. Ja, und jetzt? Weiter geht nicht. Nee, weiter geht nicht. Warte dann... Das wollte ich, genau das wollte ich. So, und jetzt will ich auf die andere Seite. So. Eine Fresse. Ob es mir erst mal drauf kommt. Jetzt... geht es endlich weiter. Da ist die 1, aber noch nicht hin. 2 und die 1, sehr gut. Okay, also jetzt sind wir schon mal weiter. Ja, ja, genau, hier lang. Äh, ja. Okay, 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 das... Okay, da muss ich durchlaufen. Okay, ja, okay. Okay. Ich hoffe, ich speichere jetzt auch mal. Aha, gut. Wow. Dafür habe ich jetzt so ewig lang gebraucht. Möchte ich jetzt doch darüber? Jetzt hier komme ich drüber. Ja, den muss ich... durch. Ah. Nichts passiert. Ah, da, 7. Äh. Äh, wohin denn? Da hinten, da zu dem Aufzug, ne? Ja, ich... Warte mal, was ist denn? Kann man sich jetzt nicht da... rüberhangen? Toll, geht nicht. Ich habe jetzt gedacht, das geht noch hin. Äh. Bitte. Boah. No, 7. Warte mal. Ähm. Ne. Ich habe gedacht, der kann jetzt ein bisschen schneller hinspringen, aber nee. Ich will nicht, wenn ich hier an die Seite gehe. Wieso kann der nicht da rüber, man? Boah. Gut. Und jetzt... Hier. Okay. Ah, jetzt geht's auf. Hehehe. Jetzt geht das auf. Äh, ernsthaft. Ich weiß, das ist eine Art, nee. Gut. Ich weiß, das ist eine Art, nee. 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 Vielen Dank.